So, da ist mal dieses Nebengebäude, aber das sieht leer aus. So, dann muss das hier rein, ne? So, und jetzt schön Etage für Etage abklappern, ich glaube hier oben habe ich jetzt zwar alles. Das war wohl ein Bild von New York zu besseren Zeiten. Kleines Zimmer. Gut, die Etage ist dann gleich durch. Hier, nein, nein. Nein, also guck mal nach unten. So, das ist zu, 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 zu. Alles zu. Hier haben wir hier die Wohnung. Da haben wir das. Und hier noch was? Nee. Mit den beiden Zimmern und das Bad, okay. Naja, bei denen ist es mit Baderwanner. Schön auf diesen Spiegel. Kein Fenster, aber naja. Kein Tageslichtbad quasi. Aber egal, Baderwanner, hey. So. Auffüllen. Achso, ist voll gut. Dann haben wir die Wohnung auch abgeklappert. Sehr schön. Und weiter geht's nach unten. Nächste Etage. Hier hat man, glaube ich, auch schon alles. Ja, Kiste hatte ich auch wohl schon. Ja, hatte ich alle schon, okay. Jetzt haben wir die Wohnung auch schon durch. Wer schießt denn hier? Sind doch noch schon da unten durch, ne? Gucken wir uns hier mal noch alles an. Ja, wir scheinen hier echt alles schon gehabt zu haben. Daher. Gucken wir mal schnell nach hinten. Nichts Spannendes mehr in der Wohnung hier. Ach, hier war der Machen. Schränke noch. Okay, das hat noch gefehlt. Ein Schal. Mhm. Noch ein Schal. Na, wow. Naja, modisches Accessoire überhaupt nicht. So, hier noch das Bad. Auch ohne Tageslicht. Ist ja furchtbares Licht für ein Schlafzimmer. So, dann sind wir hier durch. Ne, falsche Seite. Dann können wir jetzt wieder in frische Luft gehen, denn damit ist der Auftrag auch erledigt. Joa. Soviel dazu. Ach. Warten wir darauf, dass wir krepieren. Scheiß drauf. Na, macht die Maschine den Rest? Jaaaa. Jaaaa. Ich jetzt irgendwie nach links käme wäre das super, weil da scheint auch nochmal Gefahr zu sein. Aber wenn ich jetzt hier von links aus dem Häuserblock komme, ist ja irgendwo ein Durchgang, eine offene Tür Das sieht nach einer offene Tür aus Was gibt's denn hier noch? Oder war ich hier schon mal drüber? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier schon mal... Ne, doch, das kommt mir bekannt vor Tatsächlich Da war ich wohl doch schon mal in dem Haus Ja genau Ne warte, ich wollte auf die Straße und nicht auf die Tür So, da hinten Dreiecke rote Dann kann ich mich nicht in dem Auto nicht verstecken Hier wieder Gut, was denn da? Da muss doch noch was besseres sein Egal So, machen wir mal kurz nen Inventar-Check Habe ich auch... die Waffe ist nicht ausgerüstet Aber die sollten wir ja mal ausrüsten Gibt's hier noch ne Waffe? Die ist ja ausgerüstet Ja, die anderen behalten wir jetzt mal Was kann man hier an Mods anbringen? Großer Schalldämpfer Der geht doch gut aus Dann hier Immer dieses... naja Handstopp Handstopp Kleiner Laserpointer Kleiner Laserpointer Kurzer Griff Na, genehm Den Handstopp Gibt's beim Magazin noch was? Schnellwechselmagazin Ja, das können wir nehmen Ja, das können wir nehmen Weil das die an der Waffe sein müsste Die ich jetzt gerade abgelegt habe Orokafisches Visier Yes Gut, machen wir mal das Lass mal bei den Handfeuerwaffen Nö, die beiden sind nicht wirklich besser Nö, die beiden sind nicht wirklich besser Nö Die Schatzmaske, vorbereitende Maske Wir nehmen wieder die vorbereitende Maske Glaube die hatte ich sogar schon vorher drauf Die Jagdweste Macht da mal einen vernünftigen Eindruck Jo Hier wird's die Jagdweste Und hier Ja Na, wir nehmen mal hier das leichte Holster So Ansonsten Ist das Ich hoffe, was das ist Schickes bei dem Aussehen Nö Nö, nö, nö mal alles so wie es ist und gucken auf die karte sterbe wort was haben wir hier kontaminierte zone da war ich doch gerade in da gut dann der nächste kampf aber hier die nächste person ist am arsch der welt von mir aus aber das machen wir jetzt stehen bleiben einsammeln warte mal hinter mir geht es da weiter oder wie drüben hier seid jetzt nicht meine mission ich habe kein brak auf euch deshalb wir gehen zur mission teils äschlich vermisst die person herzalau teil 1 gang ist ja unterwegs na da Knapp 300 Meter würde ich mal sagen. Sieht ein bisschen nach Sonnenuntergang gerade aus. Kein Schwein ist mehr auf den Straßen. Okay, dich erschieße nicht. Du siehst nicht aus, als ob du mir was tun würdest. So, 0,2 Kilometer noch. Kämpatzen, mhm. Ja, hier sollen die Aufträge leicht sein, na gut. Dann dürfte in meiner Sterbequote auch relativ gering sein. Ey, hier bin ich schon mal durchgegangen, kann das sein? Ganz am Anfang? Ja, genau. Am Anfang von Manhattan. Hier liegen die ganzen Leichten. End ist hier, das Ende ist da. So, wir müssen die Person, der Lau, den Bereich durchsuchen. Ja, denn. Suchen wir mal. Hier. Eco aktivieren. Michel Schmidt. Leeren. Leichnam wartet auf... Oh, sie ist schon dort. Eleni Perry. Sekretärin. Vandalismus. Terra Coleman, Chefsekretärin, hat nur wirklich gelassen. Ja. Na komm, gib mir die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ah, ich mag Fischstäbchen nicht mal. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Mist, ich habe Fays Funkgerät zu Hause vergessen. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Juh, das war Teil 1. Dann können wir jetzt direkt zu Teil 2 gehen. Der führt uns jetzt wieder zurück in die... anderen Gebiete, so wie es aussieht. Einig hin- und hergelaufen hier. Ein kleiner fahrbarer Untersatz wäre eigentlich ganz gut. Und wenn es bloß ein Roller ist oder so. Oder Skateboard oder ein Fahrrad. Sollte es ja eigentlich nach der Seuche trotzdem noch geben. Dekontaminationen, wie das heißt. Links. Oder halt Autos. Autos würden im Spiel eigentlich auch noch ganz gut tun. Ich bin mir sicher, dass meine Figur fahren könnte. Im Auto stehen ja eigentlich genug rum. Warte mal, warte mal, warte mal. Was haben wir hier noch? Gut, die Waffen sind okay. Tun wir's also. Und wenn sie Kinder haben? Tu einfach so, als ob du's ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich geb reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein. Nur weil sie Familie haben. Ihre hat Familie. Und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Ich frage mich gerade, ob das auch wieder vier Teile sind oder mehr oder weniger. Aber, das werden wir ja sicherlich gleich erfahren. Ich danke Gott für Menschen wie Sie. So. Mittlerweile habe ich übrigens Stufe 8. Ja, wobei eigentlich die Stufe 8 ja fast noch wenig. Oder? Ich habe da noch keine Relation zu. Stufe 8. Wenig oder vieles, aber ich glaube, es ist noch relativ am Anfang. Äh. Äh. Ich bin jetzt hinter uns. Brauche Munition! Mist, die schlachten uns ab! Das glaube ich nicht. So, das sind meine Leute. Ich vergesse immer, dass das meine Leute sind. Ich glaube immer öfter lang. Sie machen gute Arbeit. Danke. Wir haben einen Aufklärer. So. Vor uns scheint schon mal eine Gefahrenzone zu sein. Was machen die da? Ach, das sind gar nicht die Bösen. Ich dachte schon. Gut, ist auch nicht der Weg. Der geht nicht hier lang. Da sind die Bösen, oder? Sind das? Jo. Da ist noch einer. Genau. Warum läufst du hier dazwischen? So, andere Seite. Da? Oder nicht so? Na ja, das war jetzt nicht so schlimm, oder? So, ich bin jetzt auch an meiner Mission vorbeigelaufen. Hahaha. Hier, irgendwie. Da ist irgendwo ein Echo. Da. So, dann kriege ich immer das Echo. So, dann kriege ich immer das Echo. Ach, komm schon. Okay. So, Tür ist wohl zu. Kommst du nicht rein? Gut, aber wir hatten ja den nächsten Anhaltspunkt. Wir können dann quasi jetzt direkt zu Teil 3. Ich müsste mal kurz hier in Deckung. Okay. Jetzt müssen wir wieder irgendwie mit dem Blockton rum, ne? Seitenstraße, na da. Lass die Jagd gefallen, oder ich schieße. Cool. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Scheiße, ist das kalt. Haltet die Klappe und passt auf. Und was geht's hier eigentlich bei dieser... ...vermissten... ...Mission? Das konnte ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen bisher, aber... ...ich sammle die Teile auch vielleicht einfach nur im Schnelldurchlauf ein und... ...untersuch das nicht richtig. Guckt euch das an, ist das nicht ein geiles Bild? Wenn es jetzt nur eine sternenklare Nacht... ...wäre... ...naja, kommt dem schon relativ nahe. ... ...hatten wir es nicht eben schon? Ne, scheinbar nicht. Doch. Das ist Teil 2 gewesen. Hast du was für mich? Mal sehen, wie schnell du dich... Ah, okay, jetzt brauchen wir einen Schlüssel. Das war leicht. Das war leicht. Das war leicht. Gut, dann sammeln wir jetzt mal kurz das ein, was er noch hat fallen lassen und dann suchen wir den Schlüssel. ... 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 Boah, besteht natürlich die Möglichkeit, dass dem so ist, ne? Da kann ich hier nicht rein... Gut, dann gucken wir nochmal auf die andere Seite. Da, wo der Typ hier, die Lighthawk geklettert ist. Oder hochklettern wollte. Ja. ? ? ? ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020